Die Respekt-Initiative kommt nach Remscheid zu einem American Football-Spiel. Zum letzten Saisonspiel der Senior-Mannschaft des AFC Ambos waren die Lieblingsgegner angereist, die Dortmund Giants. Unser Botschafter und Poetry-Slammer Tillmann Döring ist mit dabei und erzählte dem Football-Begeisterten etwas über unsere Initiative. Auch wenn in die Show etwas gestohlen wurde von den Cheerleadern, die es sogar schafften, doch tatsächlich zu unserem Respekt-Song zu tanzen. Gib mir ein E! E! Gib mir ein S! S! Gib mir ein P! B! Gib mir ein E! E! Gib mir ein K! K! Und was bleibt da noch? Es gibt noch viel zu tun. Die Intoleranz steckt in zu vielen Köpfen. Komm her, steh auf, hör zu. Wir machen den Schritt und wir ändern die Richtung. Doch es war noch viel mehr Musik in der Luft an diesem schönen Spätsommertag. Die Musik musste anschließend der Pyrotechnik weichen und spätestens dann war wirklich kein Halten mehr für das Spiel. Musik 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 Jung bis alt kann die Respekt-Botschaft tragen und sogar der Bürgermeister von Remscheid, David Schichel, war gekommen, um ein Respekt-Schild am Eingang des Footballstadions anzubringen. Musik 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 Musik